Willkommen zurück! Ähm... Nein, ihn nicht. Dadadadadam. Also Fans hab ich genug, ich hab noch nicht genug Platz. Okay. Die Show ist da drüben. Dadap, dadap, dadap. Warum darf ich nicht... Ah, danke. Was war denn das? Warum hat der nicht weitergebaut? Du weißt wohin? Dann renn. Ähm... So, 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 so. Ich versuch einfach mal... Hörst du mich durch deine Kopf nicht? Ja, äh... Versuch war schon das richtige Wort. Versuch war definitiv das richtige Wort. Oh, oh. Wow. Ich glaub das wird nichts. Eieieieieiei. Wenn die ganzen Pferde mich aufhalten, ich darf nicht in die Pferdemeuter reinfahren. Spreicht euch durch den Weg. Los! Ich wünsch mir gerade so Wun... Wünschen... Wacht euch auf den Weg zum Leuchtenfeuer. ...dass es was bringt. Ich befürchte aber fast nicht. Ich befürchte gerade... ...dass ihre Armee zu stark ist und mich hier aufhält. Ja, ich befürchte, dass meine Armee gar nicht durchkommt. gut. Schön die Bühne angreifen, schön die Bühne angreifen. Na komm. Ne, 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 ne. Alles dahin Ich werde auch davon noch einen brauchen Und Ah, ne 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 Schade, schade, schade Einen Dreier Platz 4, okay Du weißt wo die Schuhe ist Also geht es los, geht es los, geht es los Und wir waren hier einfach mal so richtig schön dahin Und Irgendwie habe ich nicht das Gefühl Dass ich irgendetwas von ihrer Ammee Überhaupt da umkriege Ich schaffe es noch nicht mal mit dem Auto Da durchzufahren Ich schaffe es nicht mit dem Auto da durchzufahren Nee, nee, nee Nee, 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 nee Nee, nee, nee Lass mich hier hoch Schön hier hoch, genau Schön hier hoch Ein, 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 ein Ich habe vergessen, dass ich so Kacke 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 Kata, Kata 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 Machen platt, machen platt, machen platt Machen platt, machen platt, 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 platt Es wäre schön, wenn ich da jetzt was tuuut Du kannst schon rauskommen, mein Schatz. Ophelia, es muss so nicht laufen. Dieser Mist muss doch nicht sein. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Habe ich die Nachricht nicht gesehen, dass mein Turm angegriffen wird oder dass meine Bühne angegriffen wird oder was ist los? Äh, nee Leute. Eddie, willkommen. Okay, ich mache mich jetzt definitiv auf das Internet und gucke mal, was da so Spannendes an eventuellen Hilfestellungen für diesen Kampf gegeben wird. Weil so schaffe ich es ja irgendwie leider nicht. Ich hoffe, ich finde eine Lösung und dann sehen wir uns im nächsten Part von Brüttel-Legend mit mir, dem Popo. Bis dahin, Niddi. Na dann, tschüss.